In dem Talort am Rio Rahama schlugen wir unsere blutigste Schlacht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Zeigt uns, wie man mit alten Gewehren einen Panzerangriff heil übersteht. Sagt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tiefliegerangriff entgeht. Sagt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tiefliegerangriff entgeht. Ja, wir haben die Stellung verlassen, denn es half auch kein Ohr-Mondieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Eines Tages, da stehen kommt die Nuss, als die Sieger aufs Spanisch empfällt. Und das Talort am Rio Rahama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Und das Talort am Rio Rahama wird gehören dem Mann, der's bestellt.